Ja, hallo, Toni Media im Einsatz, heute bei Glasart Thesen in Mendisch. Wir werden heute ein paar Glastüren fotografieren und einen Ausstellungsraum. Heute auch ganz in Schwarz, weil Glastüren spiegeln halt sehr stark. Und wenn ich hier mit bunten Klamotten rumlaufe, wären dann bunte Flecke in den Glastüren zu sehen. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, um das perfekt auszuleuchten, habe ich mein komplettes Fotostudio eingeräumt und mitgebracht. Das werden wir dann gleich aufbauen und loslegen. Ja, gehen wir da mal rein. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020